Ja, da magst du recht haben. Du meinst also, man könnte auch rein theoretisch mit dem Finger funken. Ist das soweit richtig? Ja, so ungefähr. Ich denke, wenn er ein bisschen nass gemacht ist und so das Autoschlüssel oder Schraubendreher an die richtige Stelle hinten rangehalten, würdest du wahrscheinlich mich hören oder ich dich hören, ne? Ja, gut, Herr Baron, da magst du absolut recht haben. Übrigens, die Bazooka ist horizontal gespannt, nur das nur mal am Rande erwähnt. Ja, ganz wunderbar. Wetter hier bewölkt, aber Stimmung aller Best Hands. Bist du noch da, roter Baron, oder bist du vom Sackel gefallen? Kollegen, da nehme ich dich da rein, gell, Herr Andreas? Ja, der rote Baron nochmal. Ich sagte gerade, Wetter ist hier bewölkt, aber Stimmung ist sehr gut. Ja, Stimmung ist bei uns auch sehr gut. Das Wetter teilweise dann bewölkt. Ab und zu regnet es mal, aber überwiegend hier Sonnenschein. Ich glaube, da heute ist schon vier Stunden mit dem Rasen da gekämpft, den zu kürzen. Und sehr großes Grundstück. Und ja, jetzt fertig und an der Funke. Die Frau habe ich weggeschickt zum Auto weisen und alles ist gut. Ja, roter Baron, ich sag mal, das machst du ganz genau richtig. So hast du viel mehr Zeit für Spaß. Genau, und wenn ich nicht mehr so viel Zeit habe für Spaß, das ist dann immer nachts im Bett. Da habe ich dann aber auch meinen Spaß. Und sie ist auch wieder glücklich und zufrieden in den nächsten Tagen. Roter Baron, das hat mich absolut gefreut. Ich sende dir auch schöne 73. Grüße an die Frau und viel Spaß noch beim heutigen Skip. Ja, alles klar. Werde ich haben. Hoffe ich jetzt. Ciao, Servus. Ja, Servus. Tschüss.